Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich Willkommen zum Mining News Flash. Heute mit Victoria Gold, Gold Terra, Tin One Resources, Canada Nickel, Labrador Uranium und Max Silver hier auf RohstoffTV. Die Explorationsarbeiten im Gold Camp Dublin Gulch von Victoria Gold unterstreichen weiterhin das außergewöhnliche Goldpotenzial des Grundstücks und insbesondere der oberflächennahen Goldlagerstätte Raven. Die Exploration von Raven in den vergangenen Saisons konzentrierte sich auf die Erprobung des Erweiterungspotenzials aus der ersten Mineralressourcenschätzung. Im Jahr 2022 wurden in und um Raven mehr Bohrlöcher gebohrt als in allen vorherigen Kampagnen zusammen. Von besonderem Interesse war der hochgradige Abschnitt im Bohrloch 155c, der 3,59 Gramm Gold pro Tonne auf 83,5 Meter ergab, etwa 300 Meter östlich entlang des Streichs der bestehenden Ressource Raven. Gold Terra beginnt ein 8000 Meter langes Winterbohrprogramm auf der ConMine Option, Grundstück zur Erweiterung der derzeitigen Mineralressourcen. Das erste Bohrprogramm wird aus 20 Bohrlöchern bestehen, die von der Oberfläche bis in eine Tiefe von ca. 600 Metern auf einer Strecke von 2 Kilometern gebohrt werden. Darüber hinaus sind Vorbereitungen im Gange, um ein zweites Bohrgerät einzusetzen, das in der Lage ist, 2500 Meter lange Bohrlöcher zu bohren, um die Tiefenausdehnung der Mineralisierung unterhalb der ehemaligen Mine Con zu erproben. Ziel ist es, das Projekt in Richtung einer wirtschaftlichen Studie voranzutreiben. TIN1 Resources durchtäuft in seinem ZIN-Projekt Great Paramite im australischen Bundesstaat Tasmanien neue stark mit ZIN angereicherte Abschnitte und erweitert die Mineralisierung in der Tiefe. Die Bohrungen wurden mittlerweile abgeschlossen. Derzeit ist man mit der Datenerhebung und Modellierung befasst, um die nächsten Schritte planen zu können. Die nächste bedeutende Entdeckung auf seinem Grundstück RAID und ein Update zur Finanzierung gibt Canada Nickel bekannt. Die jetzt öffentlichen Ergebnisse bestätigen RAID als eine große Entdeckung mit einem Zielbereich, der größer als die Vorzeigeentdeckung Crawford ist und einen mineralisierten Kern besitzt, der 50% breiter ist als die Crawford Main Zone. Die Gehalte und Mineralisierungen stimmen mit jenen überein, die das Unternehmen bei der unternehmenseigenen Lagerstätte East Zone beobachtet hat. Der Erfolg dieser ersten Bohrung unterstreicht das beträchtliche Potenzial des gesamten regionalen Landpakets mit einer Zielfläche von über 42 Quadratkilometern, die mehr als 20 Mal größer ist als das Vorzeigeprojekt Crawford. Ebenfalls konnte die Rückzahlung des Darlehens mit Auramed bis zum 3. März 2023 verlängert werden. Die Verlängerung ermöglicht verschiedene Finanzierungsinitiativen voranzutreiben. Die Ergebnisse des letztjährigen Programms auf dem Grundstück Central Mineral Belt von Labrador Uranium ergaben äußerst vielversprechende Uran- und Vanadium-Werte, die deutliche Hinweise darauf liefern, dass die historischen Mineralressourcen bei Moran Lake mit zusätzlichen Bohrungen erweitert werden können. Die erste Bohrkampagne hat dem Team geholfen, die Art der Uranmineralisierung und die kontrollierten Strukturen der Moran Lake besser zu verstehen und die Ergebnisse deuten auf eine lokale Fortsetzung der Uranlinsen in Verbindung mit strukturellen Fallen hin, was bei zukünftigen Bohrzielen hilfreich sein wird. Das Projektziel für dieses Jahr ist die Erweiterung bestehender historischer Mineralressourcen und die Nutzung fortschrittlicher Explorationstechniken, um neue Entdeckungen zu machen. Ein aggressiver Vorstoß in die zuvor unberührte Carissa-Zone von Maxilver führt zur stärksten und umfangreichsten Mineralisierung und Alteration, die man beim US-amerikanischen Projekt Deertrail bisher gesehen hat. Diese Spur scheint zu dem Kupfermolybden Porphyr zu führen, von dem Maxilver glaubt, dass er die Quelle des Systems ist. Daher ist man der Überzeugung, dass es sich bei Deertrail um ein großes mineralisiertes System handelt, das noch viel zu entdecken hat. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind Teil des SRC Mining Special Situations Certificates. Ebenfalls bin ich Aktionär von allen besprochenen Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.